So, hallo und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, mal ein ganz, ganz, ganz außergewöhnliches Magazin bei mir. Und zwar Fortnite. Ja, ich muss sagen, ich kenne das Spiel. Und nein, ich habe es noch nie installiert und auch noch nie gespielt. Das ist der Fakt. Aber ein Bekannter von mir spielt das. Ich habe einmal reingeschaut. Das ist wirklich nicht meine Welt. Das ist leider so. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch trotzdem mal, weil ich das Magazin hier gesehen habe, dass es von der Spiel so ein Magazin gibt, dass Fortnite Tipps und Tricks werde zum Experten, Fortnite-Spieler. Das Magazin kostet 3,95 Euro. Ist die Nummer 5 2018. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch das eben vorstellen. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt wirklich was Wissenswertes oder lesen wollt, drückt ihr auf Pause und zoomt dran. Das funktioniert. Weil, wie gesagt, ich kann dazu wirklich nichts sagen über das Spiel. Aber es wird ja ziemlich, ziemlich viel gespielt. So einige Sachen. Seht ihr, halte ich da mal länger in der Kamera, dass ihr vernünftig nachlesen könnt. Auch die Spieler an sich, die wissen ja, wo das ist, welche Figur gemeint ist und, und, und. Weil, wie gesagt, absolut nichts, das Spiel. Aber man kannte, hat das eben mal gespielt und der rannte, 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 einfach nur immer nach oben hin. Und irgendwann sprang er runter und hat irgendeinen erschossen. Das war's. Das soll das Spiel sein? Hier sind jetzt Waffen abgebildet. Fliegen, springen, schießen. Dann haben wir hier drin jetzt eine Karte. Oh. Oh. Die ist ja hammergroß. Also ich mach die mal jetzt hier. Das ist das Magazin. Eins, zwei, drei, vier, achtmal so groß wie das Magazin. Das ist natürlich jetzt richtig Hammer. Da muss ich mal eben meine Kamera mal hier aus der Halterung nehmen. Dass ich euch so ein bisschen zeigen kann, was so alles hier drauf ist. Die ist also wirklich ziemlich gut. Achtmal so groß wie das Magazin. Ich hoffe, dass ihr mit der Karte jetzt was anfangen könnt, wo was ist. Ich versuche mal so ein bisschen einzufangen. Und noch größer. Also wie gesagt, die Karte an sich, die ist richtig groß. Aber nichtsdestotrotz wird hier mal weiter das Fortnite Magazin herum. Seht ihr? Ich sehe immer nur Bilder von oben. Ein bisschen schießen. Aber wer sich damit natürlich richtig auskennt, kann natürlich mir und alle anderen Zuschauer seine Tipps und Tricks, seine Kommentare hier unter dem Video schreiben. Weil wie gesagt, das ist absolut Neuland für mich. Das sagt mir alles nichts. So, und das war's dann auch. Also, wie gesagt, mir sagt das Spiel gar nichts. Das Magazin sagt mir auch nichts. Aber es ist mal wieder was Neues und Außergewöhnliches. Deswegen wollte ich das Video mal machen. Das Fortnite Tipps und Tricks Magazin Nummer 5 für 3,95 Euro. Mit einer riesen, riesen, riesen große Karte. Wo alles drauf ist. Hoffe ich doch dazu mindestens mal. Aber nichtsdestotrotz. Ihr schreibt mir natürlich jetzt alles in die Kommentare. Wie ihr das Spiel findet. Wie ihr das Magazin findet. Vielleicht hat ja der ein oder anderes Magazin schon. Ansonsten war's das mal wieder. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.